Der 4LX-Faktor, der ist 3,5. Wenn man den jetzt aufs Jahr auskommt, bei Räumann mindestens, Albinos, 346.000, 5. Da muss man auch mit Räumann 20 Mann entlassen, um das zu erreichen. So viel seid ihr ja gar nicht. Das Problem ist ja, erzählt, dass wir da haben. Das Problem ist ja, da müssen wir eine Achtung einstellen, damit keiner da ist. Oh, das ist halt langweilig. Das hätte man gemacht, wenn er nicht da ist. Ich bin selber. Das stinkt wie hoch. Aber das ist langweilig, ne? Das stinkt. Boah. Zum Wohl. Ja, auch wenn ich da. Zum Wohl, ja. Gut. Ja, aufgrund der Mara. Auf dass wir alle noch voll frischer werden. Richtig frisch. 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 In unserem Betrieb haben wir eigentlich das Oberwaschrad. 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 Oberwaschrad, ne? Oberwaschrad. Ja. Was? In welchem Rad? Wer hinten ist das? Die Klammer läuft nicht. Na, das ist gut. Ja. 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 Ja.